Ja, eigentlich hätte diese Sendung besser für Karfreitag gepasst. Todesanzeige der Menschheit. Hirnschwund der Menschheit zementiert Leiden und Schrecken ohne Ende. Da sind wir machtlos. Ja, von Zeit zu Zeit müssen wir halt auch mal die Wahrheit sagen. Wir sind aktiv, trotz alledem. Ja, wir haben jetzt vielleicht ein Prozent der deutschen Bevölkerung überhaupt erreicht, dass die überhaupt wissen, dass es uns gibt. Und dabei sind eben offensichtlich zu wenige Menschen, die irgendwas von dem verstehen, was wir sagen. Und so ist es halt. Ja, die Evolution, was spricht für eine Hoffnung der Menschheit, dass irgendwas besser werden könnte. Also im Moment, wir sehen ja einfach, dass alles immer schlechter wird. Schluck Wasser. Die weltweite Gesundheitsindustrie beherrscht und beherrscht diktatorisch die Welt und sagt der Welt, was sie zu tun hat und inwiefern sie das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit aufheben soll und alle Geräuschen dagegen ist nichts zu machen. Ja, was spricht für eine Hoffnung? Für eine Hoffnung spricht, dass Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton, Mendel, Wallace, Darwin und jetzt Weltrat und nextscientistsforfuture.de immerhin alle Rätsel der Menschheit jetzt alle grundsätzlichen Rätsel der Menschheit zum Thema, was läuft hier schief, grundsätzlich gelöst haben. Aber jetzt ist das Problem, dass einige Professoren erkannt haben oder gemeldet haben, dass wir in den letzten 40.000 Jahren circa schon 0,15 Liter Gehirnsubstanz verloren haben. Also wir sind genetisch in einer Rück-Evolution befindlich mit einem Hirnschwund sodass es eben jetzt sein kann, dass die Menschheit entweder jetzt noch nicht oder niemals mehr etwas mit dem Abschluss der Aufklärung, mit der vollständigen Erkenntnis der Dysfunktionalität unserer Gesellschaften einfach grundsätzlich nichts damit anfangen wird können. Ja, es gibt wenig Hinweis dafür, dass die Menschheit vielleicht in 100 oder in 200 Jahren etwas damit anfangen könnte. Dafür spricht fast nichts. Es spricht eher dafür, dass dieser Gehirnschwund weitergehen wird und sozusagen die Menschheit sich immer weiter von den Wahrheiten des Endergebnisses entfernen wird. Ja, und da sind wir machtlos. Da können wir nichts machen. Wir machen zwar einfach irgendwie weiter, so nach dem Motto, ja, mit was soll man sonst seine Zeit verbringen, als es einfach irgendwie so ein bisschen zu versuchen, übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding, wie immer grundsätzlich die Geschwindigkeit schneller drehen. Aber insgesamt müssen wir halt ab und zu auch mal die Wahrheit sagen. Das sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, dass die Todesanzeige gerechtfertigt ist. Die Menschheit ist schon tot, sie weiß es nur noch nicht. Das heißt also, ich lese mal so ein paar Sachen noch vor. Ich, jeder Einzelne von uns, zwingt ja die Gesellschaft dazu, unser Leben zu zerstören. Allein die Tatsache, wenn ich bei Aldi, Rewe oder Alnatura oder so und so weiter etwas einkaufe, dann setze ich damit Belohnungen. Jeder Kauf, alles, was Sie einkaufen, liebe Zuschauer, und was ich einkaufe, ist ja eine Art Anreiz. Leider kein positiver Anreiz, sondern ein Fehlanreiz. Ich setze damit also eine Belohnung aus und die heißt, wenn es irgendwie dem Konglomerat aus Rewe, Medien, Massenmedien, Marketingabteilung, Werbeabteilung und Medien mit ihren manipulativen Inhalten, wenn es diesem Konglomerat irgendwie gelingt, mein Leben unglücklich zu machen, dann werde ich weiterhin zu viel kaufen und esssüchtig bleiben, so wie andere Menschen alkoholsüchtig, zigarettensüchtig sind, Süßigkeiten süchtig, Drogen süchtig, Medikamenten süchtig, was auch immer süchtig sind, Reise süchtig, Konsum süchtig, Kauf süchtig, Shopping süchtig, was auch immer. Ich setze quasi mit jedem Kauf, gebe ich eine Belohnung dafür, so nach dem Motto, ja bitte zerstört mein Leben weiter, weil je unglücklicher ihr mich macht und je mehr ihr unser aller und damit auch mein Leben zerstört, desto mehr werde ich euch abkaufen, weil dann meine Esssucht nicht schwinden wird, sondern sie wird stark bleiben. Das ist die Wahrheit über die Welt und jeder von Ihnen, der irgendwo einkaufen geht oder irgendwas kauft, der setzt genau diesen Fehlanreiz, so nach dem Motto, er signalisiert, ich gebe dir jetzt eine Belohnung, liebes Geschäft, ich gebe dir eine Belohnung und wenn es dir gelingt, mein Leben weiterhin zu zerstören, werde ich weiterhin auch das Leben anderer zerstören, dadurch Geld verdienen und dieses Geld, das ich dann verdiene, wieder zu euch tragen, sodass ihr belohnt werdet, dafür mein Leben zu zerstören. Und das ist genau, was auch ja all die Sparten machen, also sozusagen die Gesundheitssparte, da mit jedem Tag, wo sie Krankenversicherungsbeitrag bezahlen, setzen sie der Gesundheitsindustrie, geben sie der im Prinzip eine Belohnung, und wenn es euch gelingt, wenn es euch gelingt, liebe Gesundheitsindustrie, mich so krank wie möglich zu machen, dann werdet ihr dafür Belohnungen bekommen, die ich in die Krankenversicherung ja einzahle. und liebe Sozialsparten, wenn es euch gelingt, möglichst viele Sozialfälle zu erzeugen, Massenarbeitslosigkeit und so weiter, dann werdet ihr über die Steuergelder, die wir Bürger zahlen, dafür fürstlich belohnt werden. Also je mehr Schaden ihr anrichtet, desto mehr werdet ihr belohnt werden. Und liebe NGOs, je mehr es euch gelingt, die Welt, das Leiden in der Welt zu vergrößern und zu zementieren und zu verstärken, desto mehr sind wir dann bereit, euch Spendengelder zu geben und euch dann dafür zu belohnen, dass ihr dafür sorgt, dass die Welt immer schlechter wird, und wir werden dann bereiter sein zu spenden und eure Geschäftsführer und Mitarbeiter werden sich dann umso besser bereichern können an all den Spendengeldern, die wir so geben werden. Ja, wir Menschen sind nicht klug genug, das Ganze zu durchschauen. Vor 400.000 Jahren waren wir nicht klug genug, jetzt sind Weltrat und Next Scientist for Future dafür klug genug. Professor Richard Dawkins hatte 1976 die erste Ahnung in diese Richtung gehabt. Der Professor, der bezeichnet wurde, kann man in Wikipedia nachlesen, als der weltweit wichtigste Denker. Aber auch er konnte seine Erkenntnis nicht zu Ende denken, dass unsere ganzen Gesellschaften vielleicht völlig dysfunktional sind, aus biologischer Sicht, und für uns alle schädlich sind und so weiter. Nur Weltrat und NextScientistsforFuture.de konnten das zu Ende denken. Aber es nützt ja nichts. Es können zu wenige das zu Ende denken. Und die wenigen, die das teilweise zu Ende denken, sind nicht aktiv genug. Diejenigen, die weiterhin alles kaputt machen, sind aktiver. Also wird nichts kommen. Und die Frage ist, wenn da der Gehirnschwund ja im großen Tempo immer weiterläuft, wie soll da plötzlich, man kennt ja den Spruch, Herr, lass Hirn wachsen, wie soll da plötzlich so viel Klugheit und Intelligenz aufkommen, dass man plötzlich doch seine eigene Existenz hinterfragen kann. Ja, und die Leute laufen rum mit der Illusion und brauchen die Illusion, die Welt ist schlecht, aber ich tue Gutes. In Wahrheit gilt, die Welt ist schlecht, weil ich Schlechtes tue. Nur ich habe nur die Rationalisierung, die Illusion, die Selbsttäuschung, den vorteilbringenden Irrtum, das parasitäre Mem, des Killer-Virus des Geistes im Kopf, weswegen ich in der Illusion lebe, ich würde Gutes tun. In Wirklichkeit tue ich Schlechtes und nur deswegen, weil ich Schlechtes tue, ist die Welt so schlecht. Aber natürlich nicht nur, weil ich Schlechtes tue, also der Einzelne Schlechtes tut, weil es sind so viele sind, die Schlechtes tun, ohne es selbst zu merken. Man läuft darum, der Mensch ist in den letzten 400.000 Jahren zu einem Fassadenwesen geworden, zu einem Fassadenwesen mit der Fassade, oh, ich tue Gutes, ich bin ein guter Mensch und in Wirklichkeit ist alles, was sie tun, alles schlecht. Und deswegen ist die Welt so schlecht. Weil alle Schlechtes tun und an ihre Vorteilbringenden Irrtümer glauben und denken, sie tun Gutes, deswegen hat Deutschland 1933 bis 1945 60 Millionen Menschen abgeschlachtet. und Stalin, das sind ja auch so Namen, die für wieder zig Millionen Tote stehen, die einfach aber alle ihre Vorteilbringenden Irrtümer, ihre parasitären Meme, ihre Killerviren des Geistes, alle ihre Irrtümer geglaubt haben und aus den Irrtümern heraus maximal Schlechtes getan haben und für Abermillionen von Toten gesorgt haben. Und so ist es immer und überall in den letzten 400.000 Jahren gewesen, wobei das sicherlich so ist, dass das Schrecken und das Leiden, der Schrecken und das Leiden natürlich vor 400.000 Jahren ganz allmählich angefangen hat und dann immer stärker geworden ist. Und die größten vorteilbringenden Irrtümer sind ja die, dass die behaupten, ja, vor 400.000 Jahren ging es uns schlecht und jetzt geht es uns ja viel besser. Die Wahrheit ist natürlich umgedreht. Vor 400.000 Jahren ging es unseren Urgroßeltern tausendfach besser als jetzt und jetzt geht es uns immer schlechter. Wir haben zwar immer mehr Güter. An Gütern ist Nullmangel, aber an Lebensglück, der Mangel, das Wohlfühlen und das Lebensglück nimmt immer mehr ab. Ja, und die sexuelle Befriedigung. Sie brauchen nur, ich habe gerade zufällig geschaut, so die Endclips sozusagen von Deutschland sucht den Superstar dieses Jahr. Und ich habe Menschen gesehen, da in der Gewinnerriege unter den letzten vier, die alle esssüchtig, übergewichtig zerstörtes Leben mit schicker Mode noch halbwegs kaschierte Übergewichtigkeit und zerstörte Gesundheiten gesehen. Und das ist der Trend, auf den entwickelt sich alles immer weiter. Immer mehr degenerierte Menschen, nicht nur Gehirndegeneration und Gehirnschwund, sondern auch Gesundheitsschwund. Und wir sind ja auf dem Weg der USA. Ja, ich habe eigentlich, eigentlich, Deutschland sucht den Superstar, das war so Bilder aus den USA. Und in den USA geht ja jetzt auch mittlerweile schon die Lebenserwartung wieder sichtbar mal wieder zurück. Ich vermute, dass die Lebenserwartungskurve schon oft geschwankt hat in der Evolution. Aber die geht jetzt durch dieses ganzen krankmachenden Einflüsse unserer schädlichen Ernährungssysteme und so weiter, und unseres schädlichen Gesundheitswesens und so weiter, geht jetzt die Lebenserwartung wieder sichtbar zurück. Und das kommt ja jetzt auch immer stärker nach Deutschland. Ja, dann so nur eine Kurznachricht zwischendurch. Wenn man die Wohlfühlstimme und die Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten einsetzen wollte, um Politiker zu beurteilen, dann sollte man es so machen, dass man vielleicht, damit man genügend Vergleichsmöglichkeiten hat. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir quasi die deutsche Regierung mit der französischen Regierung von der Leistung her vergleichen könnten, dass wie viel die Wohlfühlstimmen sich verbessern bei den jeweiligen Bürgern. Dann machen wir das doch mit den Bundesländern und geben den Bundesländern, sozusagen den Ministerpräsidentinnen der Bundesländer, sozusagen Kanzlerstatus für ihr Bundesland, sodass also quasi letztendlich die Bundesländer als Staaten verstanden werden können. Und wenn die Ministerpräsidenten es nötig sehen, dass also sozusagen die aus der, dass sie Entscheidungen aus der Hand das Bundes rausnehmen wollen und in die Bundesländerhand, in die Länderhand, sozusagen nehmen wollen, dann ist das völlig in Ordnung. Und so können dann sozusagen die Ministerpräsidentinnen der Bundesländer wie Staatenlenker ihr Bundesland regieren. Und dann kann man das auch unmittelbar vergleichen. Wer macht das besser? Bei welchem, wo entwickeln die Bürger? Wo zeigen sich Verbesserungen in den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten der Bürger? In welchem Bundesland? Und danach werden sich nach diesen Ergebnissen, die der Bundeswahlleiter ständig veröffentlicht und die Medien das auch ständig veröffentlichen, danach wird man sich in Zukunft richten, wen man überhaupt noch wählt. Und man wird garantiert, nicht mehr diejenigen wählen, die dafür sorgen, dass es den Menschen in ihrem jeweiligen Bundesland schlechter geht. Ja, und nochmal zu den NGOs, den Non-Governmental Organizations. Die Welt muss krank bleiben, genauso wie die Patienten krank bleiben müssen für die Gesundheitsindustrie. Nur so gibt es Geld. Also, ich habe mich ja so gewundert, warum diese NGOs, da war ich noch naiv, habe ich mich gewundert, warum diese NGOs so desinteressiert sind an der Lösung aller Weltprobleme. Ich habe denen quasi sozusagen ihre Pleite angeboten. Ich habe ihnen quasi gesagt, hier, was haltet ihr davon, wenn ihr Pleite geht, weil die Next Scientists for Future und der Weltrat und diese Professoren haben doch die Lösungen für alle Weltprobleme. Und dann haben die NGOs natürlich ganz gesund reagiert darauf, sozusagen. Hoppla, dann verlieren wir alle unsere Jobs. Die Welt muss krank bleiben. Die Tiere müssen krank bleiben. Die Pandas, die Eisbären, überall muss Hunger und Not und Elend sein, weil sonst braucht es uns NGOs ja nicht mehr. Und dann gibt es auch keine Spendengelder mehr für uns NGOs. Ich weiß nicht, ob manche NGOs nicht sogar staatliche Spendengelder kriegen, sozusagen. Schluckwasser. Also, die Welt muss genauso krank bleiben wie die Patienten, nur so gibt es für alle Beteiligten Geld. Die Welt muss aktiv zerstört werden und die Zerstörung der Welt muss noch gefördert werden, um Spenden dafür einsammeln zu können. Und jetzt versteht man dann auch, warum auch Fridays for Future unser Angebot, das Klimaproblem lösen zu können, nicht annehmen konnte. Wahrscheinlich ist Fridays for Future auch eben, da geht es vielleicht auch eben nur darum, dass manche Leute von diesen Spendengeldern ganz gut leben können. Und das ist vielleicht auch nichts anderes als ein ganz normales kapitalistisches Geschäftsmodell wie alle anderen auch. Ja, ich fasse zusammen. Heute wäre besser gewesen, diese Sendung an Karfreitag zu bringen. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Todesanzeige der Menschheit. Der Hirnschwund der Menschheit zementiert Leiden und Schrecken ohne Ende. Da sind wir machtlos. Und viele Leute empfinden das Leiden und das Schrecken ja gar nicht, den Schrecken gar nicht richtig, weil sie infiziert sind von den vorteilbringenden Irrtümern, Killerviren des Geistes, parasitären Memen, dass all dieses Leiden, was sie tatsächlich täglich empfinden, dass das Leben sei und das Leben eben so sei und dass es gar nicht glücklicher sein könnte. In Wirklichkeit ist alles ein riesiger Mangel an Liebe, an Sexualität, an Körperkontakt, an Massage, an Zärtlichkeit, an liebevollem Miteinander. Wir sind ja alle aufgehetzt worden durch die vorteilbringenden Irrtümer zur Streitsucht und ja, wir sind einfach unfähig zum liebevollen, körperlich wie seelisch liebevollen Umgang miteinander, der uns beglückt und der uns entspannt und glückselig macht. Ja, die Bonobos, soweit wir sie in Ruhe lassen, die ihren urmatriarchalen oder vollmatriarchalen, pazifistischen Bonobos-Schenker-Kommunismus leben dürfen, weil sie eben Tauschhandelmarkt und Arbeitsteilung noch nicht erfunden haben, dadurch auch nicht die Notwendigkeit aufgetreten ist, zu erkennen, dass man jetzt starke positive Anreize gebraucht hätte, um das Aufkommen und die Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern zu verhindern. Die Bonobos sind also noch vor dem Rubikon und wo sie von Menschen unberührt sind, sind sie noch relativ glückselig, verglichen mit uns viel glücklicher. Wobei man bedenken muss, dass wir ja auch viel größere Gehirne haben, wenn wir jetzt also sozusagen das Problem mit den fehlenden positiven Anreizen, die die vorteilbringenden Irrtümer zum Aussterben bringen, wenn wir das Problem geschafft hätten, dann wären wir sicherlich viel, könnten wir viel glückseliger leben als die Bonobos noch, die ja sozusagen nicht so überlegen intelligent gegenüber ihrer Umwelt sind und von daher auch nicht so paradiesisch leben können. Ja, aber wir, wir haben es nicht geschafft, wir haben zwar Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung erfunden, aber haben es nicht geschafft, das Dazugehörige zu erfinden, nämlich, dass wir die positiven Anreize brauchen, um das massenhafte Ausbreiten von vorteilbringenden Irrtümern und das ist ja nichts anderes als ein Wort für Massenmanipulation, ja, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, sind quasi die Massenmanipulation, die uns unfähig zum glücklichen Leben macht und die uns selbst zerstört. Ja, und da sind wir, da sind wir machtlos, also, die Bonobos stehen noch vor dieser schrecklichen Wende, ob sie sie jemals betreten, weiß ich nicht. Wir haben sozusagen diese Büchse der Pandora geöffnet und waren nicht in der Lage, sie durch starke positive Anreize wieder zu schließen. Das heißt, wir waren nicht in der Lage, den Arzt zu belohnen für Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung, wodurch er dann sozusagen kein Interesse mehr an unserer Krankheit hat, sondern nur noch Interesse an unserem gesund bleiben hätte. Diesen einfachen Wandel in der Menschheit sind wir nicht in der Lage dazu zu vollziehen. Wir sind nicht in der Lage, die ganze Fehlentwicklung der letzten 400.000 Jahre zurückzudrehen durch das Setzen starker positiver Anreize. Und deswegen ist wahrscheinlich die Todesanzeige gerechtfertigt. Die Menschheit wird noch weiter dahin vegetieren, vielleicht noch ewig, noch sagen wir mal, wann ist das Universum wird wahrscheinlich in sieben Milliarden Jahren kaputt gehen. Auf jeden Fall kann es sein, dass die Menschheit noch viele Millionen oder Milliarden Jahre dahin vegetiert, aber in einem Dasein des Leidens und Schreckens ohne Ende. Und wir sind da wohl machtlos, weil wir bräuchten jetzt wahnsinnig schnelles Wachstum der Gehirngröße, damit möglichst schnell Weltrat und Next Scientists for Future verstanden werden könnten. Aber ich fürchte, dass Weltrat und Next Scientists for Future schon lange gestorben sein werden und altersbedingt ausgestorben sein werden, bevor sich da was tut und da im Moment der Trend eindeutig ist, dass die Gehirne kleiner werden, wird das die Menschheit wohl nicht packen. Also die Menschheit ist vom Glück her schon tot, ohne dass sie es weiß und wir können wohl nichts ändern. Und trotzdem werden wir wahrscheinlich morgen die nächste Sendung machen, morgen die nächste Talkshow wieder machen und mal gucken, ob da vielleicht überhaupt jemand kommt. Ja, und wenn nicht, es spielt auch keine Rolle, es ist wahrscheinlich sowieso alles vergebene Liebesmühe. Die Menschheit ist nicht zu retten. Das ist nicht möglich, die Gehirne sind zu klein. Ja, Tschüssi, bis